Tanja Makarik, 25, möchte das wohl nicht so stehen lassen. Die Influencerin ist die neue Frau an der Seite von dem YouTuber Julian Klaassen, 29, erst im Mai hatte er die Trennung von seiner Frau Bibi Klaassen, 29, bekannt gegeben. Ihr Liebesglück teilen Tanja und Julian auf Social Media mit ihrer Community und zeigen auch viele Eindrücke aus ihrem Alltag. Deswegen bekam Tanja nun aber fiese Hate-Nachrichten, gegen die sie sich wehrte. Jetzt bekomme ich ganz viele Nachrichten bezüglich Julian, weil ich die Wäsche mache oder putze. Es ist so, dass wir uns die Arbeit aufteilen, stellte Tanja in ihrer Instagram-Story klar. Wenn die Brünette zum Beispiel mal putze, Wäsche mache oder Staubsauge, übernehme ihr Schatz andere Aufgaben, wie mit den Kids auf den Spielplatz gehen. Viele sagen mir, du bist seine Freundin und nicht seine Putzfrau. Aber ich finde, darum geht es gar nicht. Solange er nicht da faul rumliegt und nichts macht, betonte sie daraufhin. Und das sei definitiv nicht der Fall. Julian sei nämlich selbst ein sehr ordentlicher Mensch und würde auch immer mal wieder Aufgaben im Haushalt übernehmen. Das ist alles ausgeglichen, versicherte Tanja ihren Followern abschließend.